Wenn wir über Dispo Kredite sprechen, müssen wir bei der EZB anfangen. Diese verleihen das Geld für 0,05% Zinsen an ihre Bank. Wir sprechen hier vom Leitzins. Die Banken und Sparkassen fordern den Dispo mit 11-17% von ihnen zurück. Unser Volksbegehren soll diese Ungerechtigkeit beenden und fordert maximal 5% über den Leitzins ein. Nehmen Sie teil an der direkten Demokratie und unterschreiben Sie in Ihrem Rathaus, denn es ist Ihr Geld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017